Schätzen Sie einmal, wenn Sie die Menschen danach fragen, wie lange sie schon in ihrem aktuellen Job arbeiten. Wie viele von ihnen sind seit zehn Jahren ununterbrochen bei demselben Arbeitgeber? Weniger als die Hälfte. Die Arbeitswelt hat sich gewandelt, so wie sich auch Werte und Gesellschaft gewandelt haben. Veränderungen erfolgen heute um ein Vielfaches häufiger und schneller als früher. Sie sind ein normaler Teil des Arbeitslebens. Entsprechend bunt, abwechslungsreich und voller Brüche sind auch Karrierewege. Wir bei von Rundstedt möchten, dass alle Menschen berufliche Veränderungen als persönliche Chance erleben. Konkret heißt das, dass wir Ihnen helfen, drei Fragen zu beantworten. Was kann ich? Was will ich? Und wo werde ich gebraucht? Wenn Leidenschaft und Können auf der einen Seite und Bedarf im Unternehmen auf der anderen Seite zusammenkommen, entsteht Erfolg und maximale persönliche Zufriedenheit. Stellen Sie sich vor, wie unsere Arbeitswelt aussehen könnte, wenn alle Menschen darin einen Ort fänden, an dem sie das tun können, was sie gut können und wofür ihr Herz schlägt, wo ihr Beitrag gebraucht und geschätzt wird. Wir würden inspirierte und inspirierende Menschen sehen, wohin wir auch blicken würden. Eine tolle Vorstellung, oder?